Ein Hitzschlag entsteht dadurch, dass der Körper die Körpertemperatur nicht mehr regeln kann. Wie wird Hitze abgegeben? Durch Schweißbildung. Und wenn ich zu wenig trinke und der Betroffene nicht mehr genug Schweiß bilden kann, kann es zu einem Hitzestau im Körper kommen. Ich habe oft gehört, ich trinke weniger, dann schwitze ich weniger. Das ist eine völlig falsche Meinung. Wenn ich sehr viel schwitze, muss ich sehr viel trinken und damit kann der Körper die Hitze abstrahlen. Wie bemerkt man das? Man kriegt Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, es kann bis zu einem Schockzustand gehen. Eine Sonderform davon wäre vielleicht noch der Sonnenstich. Da geht man davon aus, dass die direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf oder auf den Hinterkopf die Hirnhäute reizt und es dadurch aber auch zu den ähnlichen Symptomen kommt, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Was ist zu tun? Leichte Kleidung in den Schatten, kühlende Tücher und bitte nicht vergessen, viel trinken.